Willkommen auf der Sawtalks. Ich habe noch ein weiteres, etwas älteres Release um Porzlein gefunden. Und zwar hatte ich mir mal Fragtime geholt. Noch unter dem alten KZ-Label. Was ist ja leider mittlerweile nicht mehr so gut. Naja, Zeiten ändern sich halt. Hier behandelt es sich um einen Film, sogar von der TV-Media empfohlen. Mein Gott, Mainstream-Medien empfehlen ein Ani. Krasse Sache. Ähm, ja. Wollen wir mal auf der Rückseite den Klappentext. Geht um Girls Love, also Yuri. In den Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Bildformat ist 16.9 VHD. Der Ton ist 5.1. Und die Laufzeit beträgt 60 Minuten. Ist jetzt halt ein etwas kürzerer Film. OVA. Je nachdem wie man es nennen kann. Da haben wir das. Leider nicht viel dabei. Aber noch im Moment ohne den FSK-Flatschen. Falls euch das Ganze interessiert, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Sofern das noch verfügbar ist. Oder vielleicht mittlerweile unter dem Crunchyroll-Label. Wer weiß. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.